eines ist klar von einem ziel zum nächsten zu jagen bringt dich nicht wirklich weiter deine ziele sollten auf jeden fall einem plan folgen außerdem solltest du nie vergessen deine erfolge zu genießen und sie mit anderen zu teilen bringt dir und den menschen die die am nächsten sind ein großes stück lebensfreude wir hoffen dass dir die letzte woche auf unserem kanal gefallen hat und dass du etwas davon für deine zukünftigen ziele nutzen kannst wenn ja dann schau doch gern wieder vorbei denn wir setzen das thema noch eine woche lang in fünf weiteren lebensbereichen fort du kannst dich also auf mehr motivation tipps und anregungen freuen und wenn du wissen willst wie du einfacher erfolgreich sein kannst folge gern dem link in der bio